einen wunderschönen guten tag meine damen und herren herzlich willkommen zu diesem tag und heute geht es mir gar nicht um die börse es gibt weit weit wichtigeres als die finanzen und die börse und die ist das ist auf jeden fall schon mal der friede zwischen den menschen oder eben das gegenteil und da kam in den letzten 24 stunden eine meldung die mich doch beschäftigt hat schockiert wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt weil man erwartet ich erwartete es nahezu aber es ist schon etwas besonderes schauen wir drauf macron schließt einsatz von bodentruppen in der ukraine nicht aus einsatz von westlichen bodentruppen und wir reden darüber nicht weniger als über den dritten weltkrieg und das ist so man nimmt es so mehr am rand hin ja es halt eine steigerung da ging so weiter man seit zwei jahren läuft dieser krieg und sukzessive steigert man sich von ja von wir liefern mal helme wir liefern schutzausrüstung wir liefern waffen wir liefern dies und jenes zu ja wir liefern truppen beliefern menschen und ich erinnere mich als ich als das vor einigen vor einem jahr anderthalb jahren als diese kämpfe immer intensiver wurden und die verluste immer größer wurden habe ich in einem der videos die wir dazu gemacht haben die frage gestellt was ist denn wenn der ukraine nicht nur das material ausgeht was ist denn wenn ihnen die truppen ausgeht was ist denn wenn ihnen einfach schlichtweg zu viele sterben und ihnen die soldaten ausgehen und genau das sehen wir jetzt da war meine frage damals werden dann erst die polen dann die deutschen geschickt und jetzt haben wir genau die situation der ukraine gehen die soldaten aus schreibt der focus die meisten freiwilligen sind entweder verletzt erschöpft oder tot die russen rücken vor offenkundig hat die gegen offensive der ukraine gerade mal gar nichts gebracht also es passiert eigentlich genau das was eigentlich für jeden der sich mit militärischen themen bisschen auseinandersetzt schon seit langer langer zeit klar ist dass die ukraine das nicht gewinnen kann sondern dass es in einem abnutzungskrieg beide seiten sehr sehr schwere verluste erleiden werden am ende die russen aufgrund der schieren masse unterschieden größe ihrer möglichkeiten das ende für sich gewinnen werden jetzt stehen wir genau an diesem punkt und wie auch immer kommt jetzt nichts etwas zu verhandlungen und zu überlegungen wie könnte man den wahnsinn ändern oder beenden sondern es kommt zur frage wie können wir ihnen denn noch länger in die länge ziehen die amerikaner wollen im moment zumindest kein geld bereitstellen waffen würden sie schon liefern wenn sie jemand anderes bezahlt aber selber zahlen wollen sie nicht mehr bisher ging zwei drittel der amerikanischen militärhilfe so sagen die amerikaner selbst wieder in ihre eigene rüstungsindustrie und sie feiern sich dafür wie toll dieser ukraine krieg die eigene rüstungsindustrie und die eigene wirtschaft unterstützt wie toll das doch ist ohne dass man eigene verluste vor ort hat jetzt sollen es auch andere bezahlen noch mehr bezahlen als bisher aber es reicht nicht es geht ihnen nicht nur die munition aus es gehen auch die menschen aus und jetzt kommt genau das jetzt kommt die jetzt kommt die diskussion darüber statt waffen auch soldaten zu schicken menschen zu schicken menschen die töten und getötet werden und macron schließt einsatz von bodentruppen nicht aus auch der einsatz von westlichen bodentruppen wird inzwischen nicht mehr ausgeschlossen das sind auch wir westliche bodentruppen ist auch die bundeswehr das sind meine freunde da sind meine nachbarn macron niemals nie nie soll man niemals nie sagen was haben wir nicht alles diskutiert sagte nie panzer schicken die flugzeuge die raketen mit längerer reichweite inzwischen schicken wir das alles genau das ja heute drehen sich diskussionen darum bei der lieferung von panzer schneller und stärker zu werden also ist alles möglich wenn es hilfreich ist unser ziel zu erreichen nämlich als nächstes auch das was man bisher verweigert hat truppen zu schicken macron sagte nach der konferenz die es gerade stattgefunden hat eines möglichen einsatzes von truppen durch polen jedes land könne eigenständig und souverän über den einsatz von bodentruppen entscheiden also jetzt geht es eben genau darum erstmal als nächstes die polen dran die sind am nächsten dran die haben die direkte grenze und ja und jetzt ist die frage ja was ist jetzt der auslöser warum polnische truppen vielleicht als nächstes in diese kämpfe einschreiten gar nicht mal unter nato flagge sondern vielleicht weil sich eine rakete nach polen verirrt weil es irgendwelche dinge gibt irgendwelche dinge passieren die dann die polen bewegen dann doch truppen nach ukraine zu schicken ja wenn die dann aber in kämpfe verwickelt werden und wenn da dann vielleicht auch die russen dann stellungen oder geschützstellungen oder flughäfen von denen vielleicht polnische flugzeuge starten um dann in der ukraine zu kämpfen bekämpfen und zerstören ist das dann angriff auf die nato wird dann der nato bündnisfall aufgerufen meine damen und herren wir stehen wirklich am so eng wie seit wie überhaupt seit beginn dieses krieges am ausbruch eines dritten weltkriegs und das ist einfach so beiläufig hier nimmt man das inzwischen selbstverständlich fast selbstverständlich hin wir tun es nicht polen bereitet sich auf krieg mit russland vor rechne mit jedem szenario heißt es hier nach norwegen schweden und finnland schließt auch polen einen möglichen krieg mit russland nicht mehr aus und das gerade zu einer zeit in der in hauptsächlich in polen aber auch in den baltischen staaten auf see aber wie gesagt vor allem in polen das größte nato manöver seit dem zweiten weltkrieg stattfindet 90.000 soldaten nehmen davon gerade daran gerade teil die stehen alle bereit üben gerade den krieg gegen russland und dieses manöver geht noch bis mai juni jetzt haben wir februar sollte also zufällig in den nächsten wochen in den nächsten zwei drei monaten es was eskalieren wenn die russen brechen gerade durch die russen machen gerade mächtig geländegewinne die rücken weiter vor die ukraine hat hier nicht mehr allzu viel entgegenzusetzen die russen werden jetzt stärker die russen werden immer weiter gewählte gewinnen man muss sich was einfallen lassen wie ist der nächste schritt dass es zu einer eskalation mit polen kommt und die 90.000 nato soldaten stehen ja schon praktisch praktischerweise bereit meine damen und herren die situation ist ausgesprochen gefährlich in der disco in der zeit diskutieren wir über die frage ob deutschland europa eigene atomwaffen braucht nicht so nein sie brauchst du nicht was europa momentan braucht und zwar dringend braucht sind diplomatische initiativen sind verhandlungen ist ein waffenstillstand ist in irgendeiner form eine friedensinitiative aber ganz sicher nicht neue truppen ganz sicher nicht neue diskussionen über einen die eine direkte beteiligung von nato-truppen auf dem boden so wir brauchen ein ende des wahnsinns und nicht eine verlängerung und vertiefung des wahnsinns die amerikaner ich habe gesagt profitieren massiv davon werden es auch künftig tun werden weiter davon profitieren andere werden zahlen entweder mit geld oder mit blut und wie viel da hinten dran steht was amerikanische interessen der ukraine angeht ich glaube das würde das würde stundenlange videos füllen wie hier wie einzelne politiker hochrangigste politiker der amerikaner und der amerikanischen wirtschaft in der ukraine beteiligt sind an unternehmen an landschaften die sie gekauft haben an ackerland dass sie gekauft haben und so weiter und so weiter die amerikaner haben ein massives interesse an der ukraine und selbst wenn es jetzt hier zu weiteren kriegerischen auseinandersetzung kommt zu weiteren konflikten kommt zu einem längeren teil des krieges kommt die amerikaner sind die letzten die darunter leiden und hier unten leiden die menschen und wir laufen hier in einen dritten weltkrieg rein es gab ein buch das mal zum spiegel bestseller wurde von christopher clark die schlafwandler muss schon legendäres buch das zeigt wie europa sukzessive in den ersten weltkrieg hineingezogen wurde und schlafwandlerisch plötzlich stück schritt für schritt in diesen ersten weltkrieg geschritten ist jetzt immer dem gleichen punkt schlafwandlerische bereitet sich europa auf den dritten weltkrieg zu wir haben nichts gelernt wir laufen wieder in diese nummer rein es braucht dringend nichts dringender mehr als verhandlungen gespräche und aufrufe zum frieden und es ist mir inzwischen vollkommen egal was irgendjemand denkt was jemand sagt ob man das sagen darf ob man es nicht sagen darf ob das dann putin verstehen ist ob das russland in die hände spielt es ist mir vollkommen egal was jemand sagt es gibt nur eins was mich derzeit diesbezüglich interessiert frieden eine friedenslösung wie auch immer die aussieht das sterben muss aufhören das töten muss aufhören die ausdehnung des krieges müssen aufhören ich war im sommer war ich in schweden letztes jahr mit dem wohnmobil und wir waren im geburtshaus und im lebenshaus von astrid lindgren und dieser besuch dort ein wunderbares museum ich kann es jedem nur wärmstens empfehlen es hat mich sehr sehr bewegt wir waren sogar drei tage dort war gar nicht geplant weil es so einen faszinierenden einblick in das leben der astrid lindgren in die zeit damals in schweden gegeben hat auch in die zeit gerade in die schwere zeit des zweiten weltkriegs in der astrid lindgren auch betroffen war in schweden und zwar massiv betroffen war mit der familie und mit etwas schweden damals erlebt hat während des zweiten weltkriegs und ich erinnere mich am ende der ausstellung war ein plakat von der schon recht betagten astrid lindgren mit einem satz im rückblick auf diese zeit des zweiten weltkriegs und auf diesem besatz auf diesem plakat sagt sie sollte schweden noch einmal gefahr laufen in einen krieg hineingezogen zu werden werde ich auf knien nach stockholm gehen und die regierung anflehen das zu verhindern meine damen und herrn ich glaube es ist jetzt wieder an der höchsten zeit dass jeder von uns seine stimme erhebt für den frieden und dem widerspricht der für den krieg spricht und sich nicht zurückdrängen lässt zu sagen das darf man nicht sagen man muss für den krieg sein die russen dürfen nicht gewinnen all diese dinge mehr es geht nicht um gewinnen und verlieren es geht um vernichtung und tod von menschen zu tausenden aber tausenden und noch viel mehr in der zukunft wenn wir das nicht beenden wenn dieses töten nicht endet und hier ist es momentan ausschließlich notwendig für den frieden sich stark zu machen die stimme zu erheben für verhandlungen für gespräche und alles andere muss dem hinten anstehen was die argumentation angeht und nein ich werde mich da auch nicht still schalten lassen in diesem sinne meine damen und herren setzen uns für den frieden ein wo immer wir können auf friedliche weise auf friedlichem wege denn am ende lässt sich hassen nicht mit hass sondern wiederum nur mit liebe und verständnis begegnen und beenden alles andere funktioniert nicht für zu einer spirale des wahnsinns und das haben wir in der menschheit schon sehr sehr oft erlebt und ich hatte gehofft es nicht noch mal erleben zu müssen in diesem sinne alles gute